Marvin muss wieder seine Eier zusammenkneifen, ein richtiger Spielverderber sein. Von dem... Ja, was ist das, Alter? Beine entfernt werden oder so. Ja, Alter! Jetzt kommt der Doppel-Russ. Jetzt kommt der Doppel-Russ. Bitte, 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 los, los, los! Ey, no je! Ey! Nein! 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 Wuhu! 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 Und ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass du wieder dabei bist. Heute wieder grandiose Action, leider. Ein rabenschwarzer Tag für mich, denn wir zocken heute zu Fußparcours. Rahmen schwarz für mich, himmlisch für Nugi und Deko, rein wunderschön. Und... Hallo, Guchachos! Die Nüschen seid grauen. Herzlich willkommen zurück und... Richtig geil! Habt ihr schon Bock auf unseren Fußparcours? Ja! Oh yeah! Haut jetzt schon mal einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr Bock habt auf uns zu Fußparcours. Ich wollte euch eigentlich verarschen, aber mir wurde nicht zugehört, so eine Scheiße, ja. Das ist wirklich zu Fuß. Ja. Achso. Wenn ich es gerade noch sage, ist mir nix Parcours. Ja, aber ich habe mich null beachtet, ey. Dankeschön für gar nichts. Oh, lol. Das ist immer schön, weil es eine Fußparcours ist. Immer schön. Oh Mann, ey. Wenn ich sowas hier schon wieder sehe, also... Ist noch gar nicht so lange her. Runter mit dir, du Lappen! Nein! Nein! Loll! Gar nicht so lange her, da habe ich ja mit Deko den Only Up zu Fußparcours gezockt, was dann ja doch kein Fußparcours war. Also es war... War ein Motorrad. Parcours am Ende eigentlich. Das haben wir aber zumindest nach 18 Minuten haben wir das da rausgefunden, ja? Schon mal hin. Schon mal hin etwas, ne? Aber bei dieser Map ist das wieder so typisch Nugi, ne? Der Triadet einfach so richtig heftig nach vorne, weil wir uns so richtig dämlich anstellen, ne? So gehört sich das, hallo? Ja, wie ordentlich am Yolonen sind. So gehört sich das nämlich. Ich habe einfach Skill! Was ist denn da los? Nugi ist wirklich ein bisschen besser geworden. Also... Nicht vorhanden. Alles außer WarRite, muss man dazu sagen, ne? Ja, das stimmt. Alles außer WarRite. Oh, Nugi hat nicht das Punkt! Triadet da vorne ins Ziel! Ja, baller mal Deko wieder runter vom Punkt, ey. Bitte, 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 bitte. Los, los, los! Ey, Nugi! Ey! Geil, ey! Ey, Nugi! Ey, f*** dich! Mann, wir mal runter, Alter! Kann ich nicht! Hat er nicht mehr geschafft, hat er nicht mehr geschafft. Ey, Leute! Ich fiete mal nach vorne, ne? Wir sind jetzt in der Hölle, ey. Ja, f***t euch, ey! Lalalalalala! Oh, ey! Aber bei mir standst du nach oben, oh! Ey, ey! Ey, ich sollte euch diese Stäbchen hier in euer Rektum reinschieben, ey! Oh, ich nehme mich zurück und muss sagen, ich fahre jetzt zur Fußballkur gerade! Deko, wie geht's dir? Alles gut? Du wieser Arschficker, ey! Boah! Wir können wirklich... Ich kann mich bezahlen lassen! Typischer Marvin-Move hier, Alter! Schön den Beef anzetteln und sich dann zurücklehnen! Also, ich kann mich gerne in, sagen wir mal, in Salz! In Salz bezahlen lassen von Deko, dass wir öfter eine zur Fußballkur mitmachen! Ist das in Ordnung? Deko bezahlt nur mit... Deko besalzt... Bezalzt! Deko besalzt einfach nur mit seinem... Ich besalze Marvins Zunge mit meinem salzigen Rektum! Sehr schön! Aber wenn wir schon mal beim Thema Salz sind! Ja! Also, wir müssen ja wirklich demnächst einfach mal Salz verkaufen! Ja, Salz-Streuer hatten wir schon mal, äh... Haben wir schon mal als Thema, ne? Ja! Da haben wir Chat-GBT mal gefragt, in welche Richtung das gehen kann! Von dem... Ja, was da ist, Alter! Das ist ein riesiger Kampf bei dir! Meine Katzen biefen sich gerade wieder, ja! Alter, ich dachte gerade, das wäre so ein Aerodaktyl oder so ein Scheiße! Digga, als wäre irgendwie plötzlich in die Zeit zurückgereist! Digga, das Ding ist, Nami... Nami haut Natsu immer und wenn Natsu dann irgendwann die Hutschnur platzt... ...und zurückhaut, dann fängt Nami immer instantly sofort an rumzuschreien... ...als würde irgendwie gerade das Bein entfernt werden oder so, äh... Ja, Alter! Digga, die kämpfen einfach um die letzte Packung Whiskas! Die Deko irgendwie wie sie nur Trophäe in seinem Regal hortet, äh! Digga, verpiss nicht! Ey, boah! Es war ziemlich knapp, ey! Ich stand nur rum, ne? Warte! Natsu! Natsu! Ja! Ey, wir hätten Nugi da nicht auch nochmal trollen können! Eigentlich... Eigentlich wären Nugi trollen! Müssen! Nicht können! Müssen! Was ist das hier? Kann man da... Kann man da Seite lang gehen, so? Hallo, geh doch mal weg hier! Ja, sonst müsste man hier irgendwie reingehen! LOL ... Oh! Proposs sync! Alter Schwede! Ja, und Deko macht mir einfach wieder nach, ey! LOL! LAP had ich jetzt auch verkackt! So! Leider habe ich mich immer drauf linen gehauen! LOL! Das ist gar nicht so einfach, ich werd euch da auch nochmal wegballern. Hallo. Was? Achso. Das war einfach nur so, oder? Guck mal, GTA ist aus, oder? Ja, dein GTA ist aus. Lass mich raten. Guck mal, wie er sich versteckt, ey. Hallo. Digger, ich wollte dich nur rausschieben, ey. Aber das ist eigentlich voll einfach, du. Ja, findest du? Ich find das immer richtig schwer. Das mach ich dir einfach. Nein, Dugi, nein! Nein! Hey, Junge! Komm auf! Was war das, ey? Ey, jetzt rannt euch auch noch weiter. Hey, Dugi! Ey, ihr seid so mieser Arschficker, Alter. Wieso ihr? Du hast es bei mir auch gemacht. Ja, du, er war mir auch, du mieser Ficker. Hallo, hallo. Nein, nein! Warum? Ey, Weiner tagt mit den Fingern auf die Erde. Hey, warum geht das nicht? Marvie, schneller, schneller. Warte. Ja. Einfach hier am Rand, ne? Ey. Ey, ey. Warum kickst du mich in das kleine Loch, ey? Du bist so eine Ratte. Bitte, Kiki, bitte. Nugi, bitte, tu es. Tu es. Er ist oben, ne? Ja, er ist oben. Die kleine Ratte, Alter. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay, lass dich, lass dich, lass dich, lass dich. Wir müssen jetzt einholen. Wir sind jetzt ein Team, Digga. Okay. Wir sind alle im Team, ey. Los, los, los. Los, jetzt hoch, jetzt hoch. Nein! Das ist gar nicht so einfach, ne? Ach du Scheiße, Alter! Ja. Alter. Okay. Ja, Digga, das Ding hier ist dünner als der Schlung von Marvin. Das ist gar nicht so einfach. Hä, wie soll das denn gehen hier, Alter? Eigentlich habe ich damit nicht so krasse Probleme, aber... Normal geht das eigentlich richtig gut. Ich hatte das Gefühl, er musste noch weiter nach außen gehen, da. Oh. Schubst dich nicht. Digga, ich kann euch hier noch so gut trollen gleich. Hallo. War das schon ein Punkt eigentlich? Immer noch nicht? Hm. Digga, ich bin auf jeden Fall gleich unten. Also bei mir stehst du mit einem Fuß drauf und mit dem anderen Fuß... Haben wir schon einen Punkt danach? Ich glaube nicht, Digga, wenn ich euch hier weg trolle. Hey. Dann müsst ihr da nochmal hochklettern. Ist das aber okay für euch, oder? Komm doch mal zurück, ey. Ja, komm doch mal zurück, ey. Digga, wie hat Dicco das so schnell geschafft? Hä, Digga? Das war richtig easy. Ich komme zurück und mache das nochmal, Alter. Ja, da ist jetzt kein Druck mehr da. Jetzt habe ich. Ja, ja, sauber. Oh, da gibt doch gerade auch keinen Druck da. Natürlich, wir machen so ein bisschen so Druckspielchen. Ich habe kein bisschen mehr getrollt, Alter. Eine kleine Muschi-Rasur-Mexe. Kann man nicht einfach da hinten? Oh, da ist wirklich einiges, was man machen muss. Ah, ich bin auch oben. Geil. Ja, easy. First try. Ja, war first try. First try. Das wird rausgeschnitten. Nugi, gehen wir bitte vor. Macht Marvin auch immer so. Nein, Geh mal vor. Oh mein Gott. Oh, Nugi, ey. Hast du das gesehen? Alter, ich dachte schon, da ist... Hallo, jetzt kommt der hier. Nein, ich habe keinen Bock hier. Verzieh nicht, du Lappen. Nein, ich bin... Oh Mann, ich bin... Der... Er hat da schon verkackt, ey. Ey, Junge, ich wollte gerade hochspringen. Auf einmal geht er zur Seite. Hallo, Marvin. Hallo, Marvin. Hallo, Marvin. Hallo, Marvin. Mann. 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 Alter, oh, Alter, ich bin so gut, ich bin so ein Profi, ich hab mir das jetzt, ich hab mir das jetzt erkauft, ey. Ey, ich hab mir den Skill, ey, ich bin so gut, ey, du bist so ein Noob, Alter. Digga, du bist so ein Noob, ey. Du bist einfach hinter mir wieder aufgetaucht, ey. Ugoogogagoo. Sprachzentrum deaktiviert. Digga, ich bin einfach, ich bin einfach so ein Mega-Pro. Da hört der mich voll, Alter. Hä, wie geht der Scheiß denn hier? Ja, komm doch! Nein! 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 Nicht, nicht rennen! Nein! Ey, bei mir bist du schwer und alle gefallen, Alter! Ey, jetzt hör auf. Digga, das kann nicht wahr sein, ey. Ey, jetzt hör auf. Nein. Ey, ey, nee. Nee, du hast jetzt so häufig irgendwie hinter mich wieder teleportiert worden, dass ich auf jeden Fall noch deinen Arschloch hole, ey. Nee, hör auf. Nein! Digga, okay, musst du noch eine Runde drehen. Ich hab ja noch genug Zeit. Hallo, hör auf! Nuggi ist da jetzt! Nein! Nein! Oh ja! Ja! Ey, hör auf jetzt! Ja! Ja! Hör auf! So, jetzt kann ich dir nochmal zurücktreumen, Marvin. Ey, ey! Jetzt kommt der Doppel-Buss. Jetzt kommt der Doppel-Buss. Achtung! Ich bin weg, Alter! Los, lass mich alle in Ruhe, ey! Hör auf mit dem Scheiß jetzt! Nee. Digga, du wärst nicht die ganze Zeit, du hast einfach von Anfang an beim ersten Täuschendor fallen können, Alter, wärst du schon lange bei mir bei Punkten. Aber nein! Marvin muss wieder seine Eier zusammenkneifen, richtiger Spielverderber sein. Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Niko, nein! 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 Hallo! Nein! 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 Ey, warum?! Easy, Digga, ey! Easy, Digga, ey! Wie häufig hab ich dir jetzt Maß genommen? Fünf Mal? Fünf Null, Alter! Weil zieh dich in deinen Arsch auf, wo du herkommst, Alter! Du kannst ja gar nichts, ey! Alter Schwede! Ich bin euch das enttäuscht von Nugi, Digga! Mich haut er weg einfach... Hä? Ich hab mal wieder Arsch weggehauen! Digga! Mich haut er einfach weg an der richtig beschissene Punkt, vor dem Punkt... Digga, heu leise hinten auf deinen billigen Platz, ey! Wenn du Chancen genug hast, ey! Wie häufig ich gegen dich gelaufen bin, wie häufig du bei mir runtergefallen bist und einfach so hinter mir wieder aufgetaucht bist, ey! Ich hoffe auch nicht, dass es noch peinlicher für dich wird! Hä? Wär doch auch gar nicht! Wenn wir jetzt runterfallen von euch? Digga, easy! Ah, hier ist ja in Ordnung! Guck mal, bam! Pro Bosser, bam! Nein! Bam, Digga! Easy! Und jetzt nochmal kurz Deko abwollern hier! Extra vorbeigelassen! Einmal Handshake beim Laufen! Kleine Nuss, Alter! Kleine Nuss! Kleine Nuss! Kleine Nuss, ey! Oh, ich find's wieder geil, wie so ein bisschen tryhard und salzig das hier schon wieder ist, ey! Guck mal, wie die da von hinten wieder... Guck mal! Er fällt gleich runter! Oh! Oh, wir können hier... Oh! Nein! Nein! Ich bin auch gesprungen! Digga, einfach nur ein Profi hier! Digga, richtiger Noob bist du, ey! Digga, der einzig wahre Profi, Alter! Nuggi hat schon gesagt, ich laufe zu schnell durch, deswegen verkacke ich, weil der einzig in den Lüsch gekommen ist! Warte! Ja, ich bin hier grad so ein bisschen... Ja, so in den Sprint muss ich rein! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Oh, vielleicht kann ich zurückkommen! Oh! Hat er den Punkt? Hat er den Punkt? Natürlich hab ich den Punkt! Äh... Der Lackkönig ist bei ihm! Hi Diko! Hahaha! Guck mal! Du mieser Lappen! Hahaha! Digga, verzieh dich, ey! Ich hätte auch nicht zurückkommen können leider zum Trollen, ne? Ah, ich weiß nicht, wenn du da gestanden hättest! Okay! Arctos hier! Arctos und TabalugaTV hier, die Eisschollen! Dafür ist das, äh, verschwinden! Digga, was macht der denn über, Alter? Ähm, erster AG durchspam, dann rennt er nicht nach vorne! Die Hyper-Hyper-Tricks hier! Buh, 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 buh! Ja! Ey! Oh! 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 Ganz ehrlich, Nuggi! Wie... Diese Böse, diese Bauteile! Diese Bauteile sind richtig böse! Da sprintet der einfach... Aber das... Pfff, pfff, pfff! Das sind andere hier, glaub ich! Nein, das sind die, wie bauen die ab! Hey, Diko! Wie er am Flex ist, weil er, weil er diese Scheiß hier schon kennt, ey! Hä? Nein! 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 Diese Muschis, ey! Guck mal, der kommt dann mal zurück! Er riecht! Pfff! Pfff! Dreck, der... Oh! Den Stuhl in Marvins Hose gerochen, ey! Oh! Ich muss sagen, ich bin echt schon gut in... Zu Fußparcours, ey! Scheiße, Mann! Ich bin echt... Ich bin schon ziemlich gut, ey! Nein! Warum... Warum zocken wir eigentlich so wenig zu Fußparcours? Ja, warum eigentlich, Marvin? Eigentlich stinkt irgendwie, ne? Aber ist das... Das ist immer noch kein Only-Up! Ich hätte gerne wirklich so'n Only-Up nur nach oben die ganze Zeit! Ohne Save-Points, ey! Oh! Der dicker Deko! Das ist so schmies, ey! Hier waren das? Da, wo er immer sprintete? Oder was diese... Warum trägt Deko so viel Hass in sich eigentlich gerade? Ich glaub, wegen dem ersten Punkt, oder? Wegen dem ersten Punkt, oder? Irgendwas war beim ersten Punkt! Nur wegen dir! Wegen dem einen... Wegen den Trolls, Alter! Wie häufig du einfach bei mir runtergefallen bist und dann... Ja, da kenn' ich doch nix für! Ja, aber trotzdem triggert mich das! Also, das heißt doch einfach nur, dass ich mega gut bin! Das heißt doch einfach nur, dass die GTA-Server abspacken, Alter! Ich hab noch nix dafür, dass ich einfach so richtig gut bin! Juck, Alter! Das muss ich mir immer anhören, ey! Aber, ich weiß... Jetzt, wo wir hier diese ganzen, ähm... Ganz Arena... Doch, das sind Arena-Bauteile! Jetzt, wo ich diese ganzen Arena... Arena-Bauteile sehe! Arena-Bauteile sehe! Arena-Bauteile, ja! Ich denke mal, die GTA-Leute wissen, was Arena-Bauteile heißt! Ähm... Silber baut eiskalt gerade ein Fallen-Parcours! So ein Automatic-Fallen-Parcours unter anderem! Die man an den Warret und so dran baumelt! Also richtig, richtig nice! Ist doch geil! Weiß man da schon mehr? Ja, ich hab'n Video schon gesehen! Und, äh... Aber das ist jetzt grad alles noch in der Test-Phase! In Zukunft, äh... Werden wir sehen, ob da überhaupt, äh... Dann was rauskommt! Aber was ich bisher gesehen habe, sieht auf jeden Fall brutal gut aus, ey! Egal! Richtig cool! So, wer ist da jetzt hinter mir? Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Idee! Dann kann einer von euch Erster werden! Ich will mit euren komischen, äh... Salz-Overload nichts zu tun haben, ja? Oh nein! Ist das ein BMX ringsrum? Ich versuche... Ich versuche euch beide jetzt die ganze Zeit runterzutrauen! Wer als erstes durchkommt, gewinnt ihr! Okay, Deal! Aber nur beim letzten! Ich kann euch vorher leider nicht trollen! Okay, Deal! Oh Mann! Warum springst du nicht? Du hast gar keine Chance, Alter! Ach man? Keine Chance? Echt nicht? Ich werde einfach komplett zur Seite gedrückt! Okay! Nuri, du bist der Nächste! Nuri, ich schaff's nicht mehr bis dahin! Schaff's nicht mehr! Das ist geil! Ja, ja... Da hab ich ja das Vergnügen nochmal! Digga, ihr könnt ja gar nichts. Oh, ey Junge. Ey, ich fahr gleich einfach ins Ziel. Im Sprintmodus sind die Spiele auch gar nicht so einfach. Hab ich gemacht im Sprintmodus. Danke, danke, dass du wieder gezeigt hast und gesagt hast, dass ich einfach ein mega krasser Pro bin. Sprinten geht das überhaupt nicht. Kommt der Nugi gerade? Okay, ihr seid jetzt ganz nah aneinander, ich versuche euch beide runterzutrollen. Ich fahr jetzt am Anfang schon direkt los, damit ihr das so ein bisschen uptimen könnt, sonst bummst ihr euch zu viel weg. Digga, ich bin sogar gerade runtergefallen, als würde mein Typ auf dem Boden liegen vor Weinen. Oh, Nugi, hast du die Chance? Oh, ich hab die Chance, ich hab die Chance, ich hab die Chance, ich hab die Chance. Und er wird Sieger sein, ey! Ist klar, dass Nugi nicht weggetrollt wurde. Lass den Deko noch mal ein bisschen wegtreuen. Ne, ich werde jetzt trotzdem erster. Oh, fuck! Nein, oh, nein. Ich hab verkackt. Ich hab eisgeid den Glide verkackt, oder? Nein, warum? Oh, ich kann nicht gliden. Glide ist doch easy. Ich bin daneben, ich bin schon daneben geballert. Also für mich ist die Map hier vorbei, Leute, es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm. Wow! Alter Schwede. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn Deko hin, ey? Und richtig hart zur Seite, Gelexe. Du musst nur... Hier, du musst nur eigentlich Vorderrad nach oben. Ne, Vorderrad nach oben. Das war's. Dann gleitet der automatisch. Ich kann aber nicht ins Loch gleiten. Nein! 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 Nein, Junge! Nein! Nein! Ich bin in die Richtung, aber ich bin zu tief. Nein! 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 Ist Deko auch da? Ich hätte es einfach durcholgern können, ey. Deko ist auch da. Ja! Oh nein, Deko, nein! Ja! Los, das zieh! Nein! Oh, oh! Noch ein Glide, fuck. Oh! Nein, nein. Oh, es wäre schneller. Wäre schneller im Glide. Ich weiß nicht warum, aber du bist immer schneller am Gliden. Oh! Du hast auch... Wie? Warum bist du schneller als ich, also? Brrrr! Du möchtest schon wieder sagen, Pro-Bosser hat heute schon ordentlich Skill da gelassen. Gutschatros. Das war irgendwie heute Heimvorteil. Obwohl zum Fußparcours nichts für mich ist und ich immer gewartet habe auf die. Und ich richtig heftig den treuen Ausgewicht bin und richtig geil war. War ich heute echt ziemlich gut. Oh, oh. Oh, oh. Ich liebe es, wie ich wieder geroastet werde in den Kommentaren. Ich liebe es einfach so, wie du dich selbst in die Bibeljahre hast. Deswegen. Ich weiß nur, ich lobe mich die ganze Zeit und weißt schon die Kommentare, wie ich die Leute damit triggere. Ich feier es einfach nur. Ja, Muchachos. Wir sagen, drehen wir doch mal einen Glücksrat. So viel Skill, wie ich heute bewiesen habe. Da kriege ich bestimmt auch noch was Nettes geschenkt hier von GTA. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht ein neues Kleiderschuk für mich ist. So, Muchachos. Das Auto will ich gar nicht haben. Papa braucht neue Schuhe. Das wäre ziemlich lecker und angenehm. Übrigens diese Lebkuchen-Maske, die ich habe. Könnt ihr in der Pfeife rauchen. Ist leider nicht cool. Ich wusste gar nicht, dass man Masken gewinnen kann hier. Masken? Ja, Lebkuchen-Maske habe ich ja gewonnen. Oh, geil. Warum hast du eine Maske auf? Warum ist hier Stroh auf dem Boden? Oh! Oh! 15.000 RP. Zwischen Kleidung und Auto. Vielleicht habe ich das heute nicht verdient. Aber ich drücke... Ich drücke mal Deko die Daumen. So. Kicken wir mal. Das Auto will ich auch nicht haben. Ich würde Klamotten nehmen oder ein Mystery-Gift. Ciao! Ja, Mystery-Gift. So, so hart, wie ich jetzt Pech hatte mit Marvin, dass der mal oben geblieben ist, finde ich, müsste ich jetzt... Ach, für Pech, Digga. Kein Skill. Okay, ich habe 40.000 gewonnen. 40.000 Dollar. Okay, das tust du nicht vielleicht. Das ist malhin nicht das Schlechteste. Ich hätte trotzdem lieber Klamotten genommen, muss ich sagen. Okay, Muchachos. Dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr gepflegt einen Daumen nach oben dalasst, bei Nugi vorbeischaut und dort einfach mal in die Kommentare Reis reinbrezelt, ja? Also, danke für deinen Support. Bis dann. Reingauen! Reisgaun! 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 Reisgaun!